Zitronensaft bzw. Zitronenwasser hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Für mich war es immer so weit weg, da mir auf Anhieb 10 andere Stoffe einfallen würden, die in meinen Augen mehr Potenzial haben würden, morgens als Zitronenwasser zu trinken. Dann wurde ich aber doch neugierig und habe mal geschaut, welche humanen Goldstandardstudien gibt es denn tatsächlich. Denn komischerweise wird immer geschwärmt von Zitronenwasser, aber keiner zeigt wirklich menschliche Studien, denn heutzutage ist es immer noch die beste Form, Wirkungen zu kausalisieren, gerade in randomisierten Menschenstudien und dies dann mit seinen persönlichen Erfahrungen abgleichen. Also habe ich es natürlich auch zusätzlich getestet und muss sagen, ich nehme es nicht mehr, für mich ist es nicht geeignet und ich sage euch jetzt gleich, warum das für mich persönlich so ist. Doch zunächst müssen wir mal anschauen, was ist denn überhaupt der Hauptbestandteil in Zitronensaft oder Hauptbestandteile, welchen ihn angeblich so gesund machen. Der Hauptbestandteil von Zitronensaft ist natürlich der Saft von der Zitrone. Dieser Saft besteht hauptsächlich aus Wasser und enthält eine Vielzahl von Nährstoffen und chemischen Verbindungen darunter. Erstens Wasser. Der Großteil des Zitronensafts besteht aus Wasser, was das Getränk dann hydratisierend macht. Vitamin C ist Punkt 2. Zitronensaft ist besonders reich an Vitamin C, auch bekannt als Ascorbinsäure. Vitamin C ist ein Antioxidant und spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Immunsystems, der Förderung der Kollagenproduktion und der Bekämpfung von freien Radikalen bei uns im Körper im wässrigen Kompartiment. Drittens Zitronensäure ist ja ebenfalls Bestandteil des Zitronensafts, die ihn ja seine charakteristischen sauren Geschmack quasi verleiht. Zitronensäure kann auch zur Lebensmittelkonservierung und zur Regulierung des Säurehaushalts in Lebensmittel verwendet werden. In Früchten beispielsweise befindet sich das gleiche Zitronensäuremolekül wie industriell hergestellt, nur dass in der Frucht noch ein Iso-Zitronensäuremolekül damit verbunden ist. Dieses ist für uns aber nicht großartig relevant, da unser Körper diese Iso-Zitronensäure jede Millisekunde selbst herstellt im Citratzyklus bei der Kohlenhydratverstoffwechslung. Viertens Flavonoide, das heißt Zitronensäure enthält natürlich auch sekundäre Pflanzenstoffe. Hespiridin, Eriocitrin und Nariorutin, das sind antioxidative Stoffe, die entzündungshemmende Eigenschaften hatten in Zellstudien, aber noch nicht am Menschen belegt worden sind. Von daher lasse ich das jetzt mal hier außen vor. Fünftens Mineralien, Zitrone enthält natürlich auch geringe Mengen an Mineralien, zum Beispiel Kalium und Magnesium, aber das ist eher zu vernachlässigen. Aber das sind wirklich sehr geringe Mengen, sind nur in dem Saft. Zucker, Zitronensaft enthält auch natürlichen Zucker, das heißt insbesondere Fructose und Glucose. Die Menge an Zucker kann je nach Reifegrad der Zitrone variieren. Was mir persönlich nicht gefällt, dass der Saft keine Ballaststoffe mehr hat, denn Zucker ohne Ballaststoffe sind in meinen Augen nicht optimal, da diese in der Regel den Blutzucker schnell ansteigen lassen. Doch der Zitronensaft hat eine besondere Eigenschaft, die ich selbst lernen musste. Also bleibt dran, jetzt wird es richtig interessant. In einer Human-Goldschmerz-Studie aus dem Journal of Nutrition aus Europa zum Thema Blutzucker und Zitronenwasser wurde etwas sehr Interessantes beobachtet. In der Studie wurden mit gleichen Portionen Brot 100 Gramm und 250 Milliliter Wasser oder schwarzer Tee oder Zitronensaft der Blutzucker beobachtet. Die Glucose-Konzentration im Kapillarblut wurde 180 Minuten lang mit der Finger-Peaks-Methode gemessen. Wie wir sehen, passiert etwas Erstaunliches. In Grün und Blau der Tee und das Wasser. Dort stieg der Blutzucker gleich schnell an. Durch 100 Gramm Brot schaut man aber mal auf den gelben Verlauf, welcher die Zitronenwassergruppe darstellt. Dann sieht man, dass hier trotzdem mehr Kalorien, denn Zitronenwasser enthält ja auch noch Zucker, der Blutzucker statistisch signifikant herabgesetzt war durch die Zitrone. Das kann man hier quantifizieren. Die Zeit, bis der Blutzucker den Peak erreicht hat, das ist ein Höhepunkt, ist doppelt so lang gewesen in der Gruppe mit Zitronenwasser. Und die AUC, das bedeutet die Fläche unter der gelben Kurve, hier nochmal die Kurve eingeblendet, ist viel kleiner in der Zitronenwassergruppe als in den anderen Gruppen, was ja den Blutzuckeranstieg hier insgesamt widerspiegelt. Das gleiche konnte übrigens auch letztes Jahr ebenfalls in einer humanen Goldschnerstudie bewiesen werden. Der Blutzuckeranstieg war um ganze 35% verringert in der Zitronensaftgruppe. Das klingt ja erstmal toll. Denn wie wir bereits auf dem Kanal gelernt haben, erhöht ein erhöhter Blutzucker das kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko noch mehr als Übergewicht oder gar das Rauchen. Und dies stellt immer noch die häufigste todlose Sache in Deutschland dar, auch in der Welt. Aber woran kann das denn liegen? Die Wissenschaftler aus der Studie haben eine Vermutung, diese lautet wie folgt. Das Phänomen, das höchstwahrscheinlich für diesen Effekt verantwortlich ist, ist die vorzeitige Hemmung von Alpha-Amylase während der Magenverdauung. Was bedeutet das? Das Enzym Alpha-Amylase ist für die Verdauung von Zucker zuständig besonders stärker, also komplexen Kohlenhydraten. Zitronensaft soll also das Enzym hemmen, welches uns hilft, Stärke zu spalten, das heißt komplexe Kohlenhydrate. Dadurch wird weniger schnell Zucker in das Blut abgegeben. Das wollte ich genauer wissen und habe mich auf die Suche gemacht und etwas sehr Interessantes gefunden, was ich mit euch jetzt teilen möchte. In folgender Studie wurde das nämlich genau getestet. Schwarzer Tee, Softdrinks und vor allem auch Zitronensaft bezogen auf das Enzym Amylase aus der Bauchspeicheldrüse, welches zur Verdauung von Kohlenhydraten wichtig ist. Wie wir vorher gelernt haben, enthält Zitronensaft sehr viel Säure in Form von Zitronensäure. Diese senkt ja den pH-Wert. In der Studie wurde herausgefunden, dass das Enzym Amylase aus der Bauchspeicheldrüse pH-Wert abhängig arbeitet. Man sehe sich dazu die Abbildung an. Hier sieht man, dass die Aktivität des Enzyms Amylase, welches unsere Kohlenhydrate spaltet, extrem in ihrer Aktivität eingeschränkt ist, wenn der pH-Wert sinkt, also in Anwesenheit einer Säure. Wir wissen, dass Zitronensäure einen pH-Wert von ca. 2,2 hat. Und in der Abbildung sieht man, dass das Enzym bei einem pH-Wert von ca. 2,2 gerade mal noch zu 12% seiner Aktivität nachgeht und damit unsere Kohlenrate auch nur noch zu 12% quasi spaltet die Komplexen. Das würde dazu führen, dass langsamer Zucker ins Blut gelangt. Das wäre dann der Effekt. Okay. Doch jetzt ist die Frage, was ist, wenn man das wirklich mit Zitronensäure macht und nicht künstlich wie hier in der Abbildung? Das sehen wir dann hier. Genau der gleiche Effekt. Wir sehen, wie tief der Graph verläuft anfangs. Und hier zeigt sich gerade mal eine Aktivität der Amylase in Anwesenheit von wirklichem Zitronensaft von nur 20%. Also, niedriger Blutzucker, ja, sind wir uns einig. Senkt das kardiovaskuläre Risiko, ja, sind wir uns auch einig. Doch finde ich dies keine gute Alternative. Wenn man danach komplexe Kohlenhydrate isst, ich erkläre wieso. Wenn unverdaute Stärke weiter in den Dickdarm gelangt, weil die Enzyme durch das Zitronenwasser gehemmt werden, dann kann das zu Problemen führen. Denn wir können keine Stärke verdauen im rohen Zustand. Dies kann die Darmflora langfristig negativ beeinflussen und zu Blähungen führen. Des Weiteren wird die Bauchspeicheldrüse zusätzlich beansprucht, da sie dagegen arbeiten muss, weil sie denkt, dass ja zu wenig Amylase produziert worden ist. Dies führt dann wieder dazu, dass tatsächlich zu viel Amylase produziert wird von der Bauchspeicheldrüse und diese erleidet dann dadurch natürlich auch in gewissem Maße Stress. Dass sie die doppelte Arbeit verrichten muss, so als ob man immer doppelt so viel essen würde. Das kann auf Dauer zu Funktionsstörungen führen. Daher, wenn man dies trinkt, das Zitronenwasser, würde ich eine gewisse Zeit warten, bis man Kohlenhydrate zu sich nimmt, genau genommen komplexe Kohlenhydrate. Dann geht man diesem negativen Effekt aus dem Weg. Wieso ich es übrigens auch nicht nehme, ist, dass es Zucker enthält ohne Ballaststoffe, was nicht optimal für die Zähne ist und dann noch viel Säure. Und Säure löst den Zahnschmelz auf. Da ist mit Kalk ja reagiert zu Kohlensäure. Und das dann wieder zu Wasser und CO2, da Kohlensäure nicht stabil ist. Daher, direkt nach dem Zähneputzen, hat es meine Zähne stark angegriffen. Und deswegen ist es für mich keine Alternative, da die Vorteile eher auch beschränkt sind laut Studien. Dazu aber jetzt gleich mehr. Tatsächlich gibt es ja sehr wenige Goldschen-Lat-Studien zum Thema Zitronenwasser. Ich habe mich gefragt, wo die Leute diese ganzen Infos her haben. Aber genau genommen gibt es noch eine weitere Studie, die eine vernünftige Qualität hat. Und zum Thema Abnehmen und Zitrone. So, mit koreanischen Frauen, die eine Diät gemacht haben und Zitronenwasser bekamen. Die andere Gruppe bekam eine Lösung, die ähnlich schmeckte und die gleichen Kalorien hatte, wie diese Zitronensaftgruppe. Und eine weitere Gruppe, die nur einfach nur Placebo war, die keine Diät gemacht hat. Und das Ganze ging dann auch über elf Tage. Schaut man sich die Werte an, ist das schon sehr erstaunlich. Als erstes der Gewichtsverlust. Beide Gruppen, die Zitronensaftgruppe und die positive Gruppe, das heißt, die ebenfalls eine Diät machte, nur das Getränk ohne Zitrone bekam. Aber wie gesagt, gleiche Kalorien nahmen beide gleich viel Kilogramm ab. 2,6. Nicht aber die Placebo-Gruppe, die keine Diät machte. Diese nahm nichts ab. Auch der BMI, dort sah man genau den gleichen Trend. In der Diät nahm man genauso viel ab, mit Zitronensaft oder ohne. Das gleiche gilt auch für das Körperfett. Selbst der Blutdruck war ja als Zierke in beiden Gruppen gleich herabgesetzt und sang statistisch signifikant, ja. Egal ob mit Zitrone oder ohne. Das heißt, Hauptsache Diät, ja. Was auch interessant war, dass die Blutzuckerwerte und die Insulinwerte, die natürlich mit dem Blutzucker korrelieren, sich sehr ähneln, ja. Und sich signifikant verbesserten in beiden Diätgruppen, unabhängig von der Zitrone. Also wichtig zu verstehen. Nichts beeinflusst deine echten Blutzuckerwerte so gut wie Gewichtsverlust. Egal welches Mittel du nimmst, Zitronensaft hat keine Wirkung, wenn man es gegen eine echte Diät mit Gewichtsverlust stellt. Die Zitrone wirkte wirklich nur auf die Stärke spaltenen Enzyme, nicht direkt auf den ganzen Blutzucker und so weiter. Ja, auf den Langzeitblutzucker, auf die Insulinwerte und so weiter. Auch die anderen Werte verbesserten sich in der Diät. Der eine oder andere, ja, mehr in der Zitronengruppe, wie zum Beispiel der Bun-Wert, B-O-N-Wert, ja, ist ein Harnstoffmarker für die Nierenfunktion. Ist doppelt so schnell gesunken in der Zitronengruppe, aber dafür der GOT, der Leberwert, doppelt so schnell gesunken in der Nicht-Zitronengruppe, aber auch in der Diätgruppe, ja. Also das Gleiche gilt auch für die Blutfette, ja, diese sinken in beiden Gruppen, ja, die Diät machte zum Beispiel die Triglyceride mehr in der Zitronensaftgruppe, ja, also setzte sie herab, aber das Gesamtcholesteride zum Beispiel sank mehr in der Nicht-Zitronensaftgruppe, ja, also nichts Besonderes, ja. Die Ergebnisse sind natürlich für elf Tage und es wurde kein frischer Zitronensaft benutzt, aber ich denke, auch wenn, würde das jetzt hier nicht den Bratenfett machen, ja. Kommen wir zum Fazit, was wir bisher zu Zitronensaft gelernt haben. Tatsächlich kann es Sinn machen, vor einer Mahlzeit mit vielen komplexen Kohlendraten etwas Zitronensaft zu sich zu nehmen, wenn man Probleme mit dem Blutzucker hat. Das gilt übrigens auch für Apfelessig, das gilt ungefähr den gleichen Effekt. Anders ist dies nicht zu empfehlen, da die Bauchspeicheldrüse in ihrer Aktivität sonst beeinflusst wird und unverlaute komplexe Kohlendrate zu Blähungen führen könnten. Daher, wenn man es trinkt, dann im Abstand von stärkehaltigen Mahlzeiten wie Kartoffeln, Quinoa, Brot, Reis und so weiter. Zum Abnähen zeigt Zitronensaft keine wirkliche Wirkung, sondern eine Diät, die auf Sport und gesunde Ernährung basiert, ja, ist durch nichts zu ersetzen, sehen wir hier, ja. Wir sehen uns im nächsten Video, schaut sehr gerne mal in den Videobeschreibungen, da habt ihr richtig, richtig gute Fitmacher, umsteigen lohnt sich, alles Labor geprüft, nur das Beste für euch, versprochen. Bis zum nächsten Mal.